Was guckst du denn da? Baby Kugel. Bobo. Wo ist denn der Bobo? Der Aua. Der Bobo Aua. Der Haia. Macht der Haia. Wie heißt der? Mama Aua Haia. Mama macht auch Haia. Sag mal Bobo. Bobo Götz. Genau, Bobo. So sollen wir deinen Kalender aufmachen? Ja. Ja? Dann komm schnell. Jetzt machen wir die Hand. Komm schnell. Dann geh mal schnell hin. Kalender aufmachen. Ja. Komm. So, heute ist die 5 dran. Hier ist die 5. Warte. So, und jetzt du. Dann mach auf. Oh, was ist denn da drin? Oh nein. Was ist denn da? Ist eine Ziege oder? Oh, wie toll. Neh mal die nur 1. Jeden Tag 1 aufmachen. Heute hast du deine Ziege, ne? Oh, super. Wie macht die denn die Ziege? Happy Hand. Willst du dir Happy mal zeigen? Dann zeig Happy mal die Ziege. Happy hat dran geschnuppert, ne? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch heute an diesem Dienstag zu einem neuen Vlog von mir. Genau. Und heute ist ein besonderer Tag, deswegen nehme ich euch heute mit. Ich bekomme nämlich heute, ja... Baby auch. Du auch? Ja. Was wird meinen Haaren gemacht? Und zwar, ja, ich weiß nicht... Ja! Ja, mit den Haaren. Ich weiß nicht, wie oft ich schon bei YouTube unter Videos Kommentare zu meinen Haaren hatte. Leute, mir ist das auch bewusst. Ich habe sehr feines, dünnes Haar. Blondierung tut ihr Übriges. Und... Plumps! Und Schwangerschaft mit Haarverlust. Genau so. Ich habe zwar wieder eine gute Länge bekommen, allerdings sind die mir halt hier auf der halben Höhe, ich hoffe, ihr seht das, abgebrochen. Ja, und jetzt habe ich mich entschieden, mir Extensions machen zu lassen. Genau, und heute ist der große Tag. Um 10 habe ich das vermied. Ich dachte irgendwie immer, Extensions sind unbezahlbar. Ich bekomme tatsächlich aber, ich glaube, jetzt nur 34 Strähnen gesetzt. Einmal, weil, ja, die Haare sollen halt einfach nur ein bisschen dicker werden. Und, äh, ich glaube, es wird auch ein Stückchen länger, allerdings, wie gesagt, werden sie hauptsächlich dicker. Und dann ist das natürlich auch nicht so teuer. Ich lasse das Ganze jetzt in Trier machen, das ist ja auch meine Heimatstadt, in einem ganz super süßen Salon von der lieben Edona. Und, äh, die hat sich bereit erklärt, dass ich das Ganze auch ein bisschen mit der Kamera mit, ja, mitnehmen darf. Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ich kann schon mal so viel sagen, die Extensions sind von Hairdreams. Ich habe hier auch schon so eine Haarbürste, ähm, ja, von denen mitgenommen, weil die braucht man. Das ist dann speziell wegen den Extensions, dass die dann nicht, äh, rausbrechen. Und spezielle Pflege, die bekomme ich aber dann erst später im Salon. Ja, den Preis sage ich euch später, weil ich jetzt gerade nicht, äh, 100% weiß und ich will nichts Falsches sagen. Und ich bin einfach gespannt. Jetzt kann das natürlich passieren, äh, dass ich damit nicht zurechtkomme, dass meine Haare danach noch kaputter sind wie vorher. Das sagen mir ganz viele. Äh, ja, dann habe ich es aber einmal ausprobiert im Leben und muss mich nicht ständig fragen, wie das mit Extensions wäre. Darum geht es nämlich. Ich mache mir da schon mein ganzes Leben irgendwie Gedanken drüber. Mama? Ja. Wann? Und deswegen teste ich das mal. Vier bis sechs Monate soll das halten. Und dann fahre ich mit euch später natürlich noch auf die Baustelle und zeige euch den aktuellen Fortschritt. Das sollte dann für heute auch reichen. Heute Abend ist bei uns Nikolausabend. Da gehen wir mit der Familie ein bisschen feiern. Also die Kinder werden beschenkt vom Nikolaus und, äh, da nehme ich euch dann nicht mit. Jetzt mache ich mir auch schnell einen Kaffee und dann düsen wir los. Mali bringe ich zu meinen Eltern und dann fahre ich, äh, ins, äh, ja, in den Salon und bin mega gespannt, wie das vorher nachher aussehen wird. Mali bringe ich mit euch, äh, ins, äh, ins, äh, ins. Mali bringe ich mit euch, äh, ins, äh, ins, äh, ins. Mali bringe ich mit euch, äh, ins, äh, ins. So, ich melde mich wieder zurück. Wir sind in der Zwischenzeit nur zu Hause angekommen. Mali ist mir im Auto eingeschlafen, die habe ich jetzt direkt ins Bett gelegt und, ja, ich bin auch ganz euphorisch. Äh, ihr habt eben ein bisschen gesehen, wie das Ganze gemacht wurde. Und zwar habe ich mich ja erstmal nur für 32 Strähnen, ich habe, glaube ich, vorhin 34 gesagt, entschieden. Äh, ja, einfach, weil das mir zu viel am Anfang gewesen wäre. Ich glaube, das ist für den Kopf auch ein merkwürdiges Gefühl, wenn es zu schwer ist und, ja, ich möchte hier einfach ein bisschen volleres Haar. Die Länge habe ich ja schon und das sieht, also das ist so ein schönes Haar, das ist so gesund. Ich habe das ja, glaube ich, schon gesagt, meine Haare sind hier oben, äh, abgebrochen. So schön glänzend, es fühlt sich so toll an und, äh, ja, die sind halt jetzt noch geklettet, das ist klar, äh, dass sie dann auch noch ein bisschen, ähm, ja, gerade nach unten gehen. Ich bin mal gespannt morgen, wenn ich sie dann wasche, wie es dann aussieht. Ja, ich bin super zufrieden. Ich habe jetzt bezahlt für 32 Echthaarsträhnen von Hairdreams plus die Hairdreams Haarbürste und, äh, zwei Pflegeprodukte von KMS, KMS, ich weiß es nicht. Ähm, das ist ein Shampoo und ein Conditioner. 410 Euro. Ja, jetzt mag man sagen, das ist viel Geld. Natürlich ist das viel Geld, aber, wie gesagt, es ist echter, es ist Qualität. Also, wenn man sich mal ein bisschen in der Szene umhört, Hairdreams ist, ja, eine der besten oder die beste Marke, was, äh, Extensions angeht. Äh, diese Extensions werden vier bis sechs Monate halten. Ich werde euch natürlich auch im Laufenden halten, wie sich das verhält. Äh, ja, in vier Wochen gehe ich nochmal hin, für diese, ähm, Klebestellen quasi reinigen zu lassen. Ich kann die ganz normal durchkämmen mit dieser Hairdreams Haarbürste. Das Einzige, worauf ich achten soll, nicht über Kopf föhnen, nicht über Kopf waschen. Und wenn ich die Haare nahm waschend föhne, dass der Ansatz schön trocken ist. Ja, und, ach, das ist jetzt schon so... Also, die sind nicht wesentlich länger, beziehungsweise wir haben sie ein Stück abgeschnitten, weil das einfach komisch ausgesehen hätte, wenn unten viel dünner wie oben. Aber es ist einfach das Gefühl, es ist einfach, ja, ich glaube, so viele Haare hatte ich das letzte Mal in der Schwangerschaft. Und ich finde, das sieht einfach schön und gesund aus. Und für mich ist es ein mega Unterschied, weil davor war halt da wirklich nur noch so ein Gefussels. Und, äh, ja, daher bin ich super zufrieden. Wie gesagt, ich habe das bei der Edona in Trier machen lassen. Es ist gar nicht so teuer, wie ich immer dachte, weil ich habe immer gedacht, das heißt so locker 600 bis 800 Euro. Ja, und von daher, wie gesagt, bin ich zufrieden. Wichtig ist noch zu sagen, die Haarbürste und die Pflegeprodukte hat man ja dann. Das heißt, beim nächsten Mal wird es auch ein bisschen günstiger, weil natürlich nur die Haare und das Reinmachen dazu kommen. Ich bin gespannt, wie ich jetzt damit zurechtkommen werde. Genau, ich bin super happy. Und ich setze euch mal die Facebook-Seite, die Instagram-Seite und die Webseite von Edona unten in die Infobox. Ein super schöner Salon. Und ich glaube, ich werde das nächste Mal auch zum Blondieren dahin gehen. Also ich war vorher immer woanders und, äh, ja, ich fand es einfach so schön eben auch an Atmosphäre in dem Salon. Die beiden Mädels waren so zuckersüß und einfach nur total lustig. Und daher denke ich, werde ich da in Zukunft auch zum, ähm, Ansatz nach Blondieren hingehen, weil mich das einfach komplett überzeugt hat, auch hier mit der Beratung, mit dem Einsetzen. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich lange gelabert. Ich setze euch alles in die Infobox, falls ihr aus der Nähe von Trier kommt, noch im Salon sucht, auch Interesse habt, euch mal beraten lassen wollt, schaut auf jeden Fall vorbei. Da kann ich euch wirklich aus vollstem Herzen nur eine Empfehlung aussprechen. So, jetzt, äh, korrig, räume hier ein bisschen auf. Und wie gesagt, ich zeige euch dann, äh, später noch, äh, die Baustelle. Und, ja, dann sehen wir uns später nochmal. Hallo und guten Morgen. Wir haben schon den nächsten Tag, also den 6. Dezember, also Nikolaus. Ich habe es gestern leider nicht mehr geschafft zu filmen, weil wir noch ein bisschen was vorbereiten mussten. Wir waren gestern Abend bei der Familie Nikolaus feiern. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme euch heute Morgen schnell nochmal mit. Äh, bin extra nochmal ins Haus gefahren und zeige euch gerade die Fortschritte. Ja, ich glaube, wir fangen gerade hier im Bad an. Äh, hier hat sich nämlich wieder am meisten getan. Und zwar, unsere Badewanne sitzt, oh, ist das nicht schön. Die ist auch schon, äh, eingemauert. Genau, wir haben ja hier ein, ähm, Exemplar von, äh, Villaroy und Boch. Ist eine Sondergröße, 1,80 x 80 breit. Also ich hoffe, das kommt auf der Kamera so rüber. Aber da passen locker zwei Personen rein. Dadurch, dass sie auch so eckig geschnitten ist, ja, hat man viel Platz. Äh, wir haben die über Reuter.de bestellt, weil die Sachen da wirklich viel, viel günstiger sind. Und, ähm, ja, das Vorwandelement von der Toilette ist auch schon drin. Und, ja, ich will jetzt nicht sagen gemauert, sondern es ist ja Rehgibstrum, also es ist auch schon verkleidet. Und mein Schwiegerpapa war schon ganz fleißig und hat hier schon angefangen, die Fliesen zu legen. Zumindest die Reihe. Ähm, man muss da immer einen Anfang finden, beziehungsweise unten. Die eine Reihe ist ein bisschen kürzer. Und die anderen werden dann jetzt komplett auf die Länge. Hier kommt noch eine Platte drauf, ungefähr bis hier hin. Dass das halt mit der Fensterbank bündig ist. Und, äh, der Rest bleibt weiß. Hier müssen wir halt noch streichen. Verputzen, streichen. Allerdings, wie gesagt, äh, ja, die Fliesen liegen. Er ist gerade draußen mit Mali, ähm, Fliesenkleber am Mischen und wird gleich weitermachen. Hier sind schon diese Schienen, die oben, ja, an den Rand der Fliesen immer kommen. Ich denke, ihr wisst, was ich... Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also, es ist dann so ein Chromrand. Und, äh, ja, der Heizungsbauer war auch schon da. Und hat schon die Anschlüsse für unseren Handtuchhalter, Heizkörper, ähm, montiert. Auch hier im Boden, äh, unter diesen Platten. Das heißt, wenn die Fliesen hier dran sind, kommt die Heizung und wird einfach nur dran geschraubt. Weil, wie gesagt, die Anschlüsse, alles ist da. Und, äh, das ist hier im Bad, wie gesagt, schon passiert. Armaturen müssen wir noch kaufen und eine, äh, Drückerplatte. Das haben wir noch nicht geschafft. Machen wir aber bestimmt noch. Und dann gehen wir weiter. Küche und Wohnzimmer. Und da war Simi wahnsinnig fleißig, muss ich sagen. Der hat nämlich wirklich die Decken hier schon komplett abgeschliffen. Mit so einem Gerät. Ich glaube, Giraffe heißt das. Sieht eigentlich jetzt schon ganz cool aus. Äh, so abgeschliffen. Könnte man fast so lassen. Aber, wie gesagt, wir werden da dann die Tage Kondierungen drüber spritzen mit so einem Gerät. Und dann Farbe. Allerdings haben wir uns gedacht, falls die Holzmaserung noch so ein bisschen durchscheint durch das Weiß, gefällt uns das eigentlich ganz gut. Und mal schauen, wie es aussieht. Vielleicht gehen wir nur einmal mit Farbe drüber und lassen das dann so. Hier an die Seiten kommen ja dann überall so, ähm, Stuckleisten aus Styropor dran. Äh, Styroporweiß ist günstig, aber man sieht an der Decke nicht, dass es nur Styropor ist. Und hier hat er die Decke ebenfalls schon abgeschliffen. Also wahnsinnig fleißig. Und im Flur auch schon, genau. Und hat überall Grundierung schon aufgetragen. Deswegen ist das jetzt hier schon so schön hell und weiß. Und als nächstes kommt dann der Rollputz. Beziehungsweise wir arbeiten von oben nach unten. Zuerst wird die Decke gemacht, dann die Wände, dann der Boden. Und hier haben wir noch, äh, ist uns noch was eingefallen zum Glück. Hier in die Ecke soll nämlich der Fernseher. Und wir wollen den Fernseher an die Wand hängen und wollen, dass die Kabel, ja, in der Wand verschwinden. Deswegen wird hier so ein Rohr in die Wand gelegt. Das wird nochmal zugespachtelt. Macht auch, äh, jetzt nicht mehr Arbeit unbedingt, weil, wie gesagt, Rollputz wird ja eh noch aufgetragen. Und dann, ähm, also hier kann man auch noch ein bisschen variieren, ob nach rechts oder links. Es geht ja nur darum, dass die Kabel, äh, in der Decke nicht zu sehen sind. Und, genau, das haben wir auch noch gemacht. Äh, ja, das so weit hier unten, wie gesagt, grundiert. Äh, das hat er echt toll gemacht, jeden Abend. Und, äh, genau, was noch ganz interessant ist. Hier hatten wir, ähm, Latexfarbe von den Vorbesitzern an der Wand. Und, äh, da ist er auch mit einem speziellen, wie heißt denn das? Ich glaube, ich habe es da vorne stehen. Für diejenigen, die das interessant finden, mit einem speziellen, ähm, ja, Haftprimer steht jetzt hier. SoPro, genau, das ist sowas Spezielles für auf Latexfarbe, damit der Rollputz da drauf auch, äh, hält. Ist er hier drüber gegangen. Hier ist auch schon Grundierung drüber, weil das haben wir zuerst gestrichen, genau. Und, äh, da kommt dann auch noch Grundierung drauf. Einfach damit auch, ähm, der Rollputz hier an der Latexfarbe haftet. Zu der Küche haben wir euren, äh, Tipp übrigens beachtet, weil ganz viele haben geschrieben, geht mal ins Küchenstudio. Und das haben wir auch gemacht und, äh, sind auch super zufrieden, weil die haben so gut, gut geplant für uns und, äh, die Wünsche, die wir bei Ikea hätten nicht umsetzen können, weil die einfach nicht so flexibel, leider Gottes, sind, äh, ja, haben die uns umsetzen können. Unter anderem unser Backofen auf einer Höhe und, äh, ja, von den Schränken her und vom Preis ist es eigentlich gar nicht, äh, also es ist ein bisschen teurer als Ikea, aber gar nicht so viel teurer und der Aufbau ist mit drin, äh, die Lieferung ist mit drin. Ja, und jetzt müssen wir gucken, dass wir am Samstag ganz schnell noch dahin kommen, Simi und ich zusammen, vielleicht noch ein bisschen am Preis verhandeln und dann wird die auch bestellt. Allerdings wird das definitiv Ende Februar, März. Was soll man machen? Es ist halt so, äh, alternativ, ich hab hier einen Kühlschrank, so einen freistehenden, wir kaufen uns dann so zwei einzelne Herdplatten und dann haben wir nur einen Webergrill. Ich glaube, ich denke mal, die Zeit werden wir überbrückt kriegen. Und dann wird die Küche doch so, so und noch hier raus, also quasi ein U, dass man von hier reingeht und quasi so ein U hat. Ja, das, äh, werdet ihr dann auch sehen, wenn es soweit ist. Jetzt, äh, gehen wir noch ganz schnell nach oben. Hier unten hat sich sonst eigentlich nicht mehr viel getan. Ja, hier oben, äh, hatte ich euch schon berichtet, dass wir einen anderen Boden drauflegen, allerdings jetzt doch kein Holz, weil wir haben hier ein Bambusregal, da so ein Bambusklodeckel drauf und hier kommt ein Ikea-Waschbecken mit einer Bambusplatte. Zu viel Holz, deswegen kommt hier ein Schiefer-Vinylboden drauf. Und, äh, die andere Neuerung ist, dass ich schon mal hier oben angefangen hab mit dem Feinschliff. Ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt so sieht, aber ich hab angefangen, die Türrahmen zu lackieren. Also, sprich, hier den, äh, Türrahmen von Marlies Zimmer. Im Vergleich, so sah der vorher aus und jetzt ist es ein schönes, strahlendes Weiß. Äh, ist ein bisschen Arbeit, hält ein bisschen auf, aber ich kann das immer nebenbei so ein bisschen machen. Und ich finde, es wirkt schon viel, viel besser. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das schon gezeigt hatte. Wir haben hier schon ein paar Möbel aufgebaut. Wir haben Fußleisten ausgebessert, weil hier waren überall keine Blenden drauf. Und hier die Fußleiste haben wir auch erneuert, weil das auch so eine ganz alte war und man da ein Stück in den Boden reingeguckt hat. Also, das haben wir auch gemacht. Die Tür steht jetzt noch hier. Die müssen wir auch irgendwann noch lackieren. Aber zumindest Marlies Zimmer nimmt schon mal, ja, Gestalt an. Das sind so die größten Neuerungen, beziehungsweise im Keller. Äh, ist auch komplett alles jetzt neu verputzt. Das zeige ich euch aber beim nächsten Mal, weil ich denke, das Video ist sonst einfach zu lang. Und ich bin am Wochenende eh nochmal hier und wollte ein bisschen für euch filmen. Von daher war es das jetzt mit den Neuerungen. Ich hoffe, wie immer an der Stelle, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt bald wieder. Tschüss, ihr Lieben! thin .